Hallo, Moin aus Hamburg. Ich bin Thomas von Thomas Elektronik. Wir sind heute für euch auf die High-End gefahren und gucken uns nach den Neuheiten von Denon um. Eine Neuheit ist sicherlich der AVR-X2600, der neue AV-Receiver, den es einmal als 2600H und zusätzlich mit DAB-Radioempfang als 2600H DAB geben wird. Ein voll ausgestatteter Receiver, 8 HDMI-Eingänge, HEOS-Netzwerk-Streaming an Bord, digitale, analoge Audio-Eingänge, optisch, Coax, Kinch, Phono-Eingang für Magnetplatten später ist enthalten und eine Neuerung, nämlich ein neues Soundprogramm, das sich HATE Virtualization nennt. Das bedeutet, auch mit einem 5.1-Lautsprecher-Setup können Höheninformationen von diesem Receiver generiert werden. Ja, das war es schon in Kürze. Demnächst mehr Informationen zu dem Gerät. Ihr könnt die Denon-Produkte live bei uns im Geschäft erleben und natürlich im Online-Shop und für weitere Fragen. Meldet uns oder ruft uns gerne an. Bis bald mal wieder. Tschüss in diesem Fall aus München.